Super Mario Bros. Super Show Super Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Die Brüder, die Brüder, die Brüder, die Brüder. Sauberkeit ist alles. Arbeitstag, ich komme. Und wie wir Kleppner immer sagen, Sauberkeit ist alles. Du hast es erfasst, Mario. Apropos Sauberkeit. Was macht diese niedliche Spaghetti auf deinem Overall? Danke, bester Luigi. Und was macht der Spritze Pomodoro schon vor dem Mittagessen auf deinem Hemd? Erwartet. Deine Schuhe sind schmutzig. Deine Socken sehen aus wie ein Sieb. Und du hast keine Socken an. Hallo. Hast du was gesagt? Sag mal, tropfst du? Da hat doch jemand Hallo gesagt. Ja, ich war das. Hier bin ich. Hallo, seid ihr die Mario Bros.? Klar. Ich kenne dich doch irgendwoher. Jetzt weiß ich es aus der Fernsehreklame. Mario und ich kaufen alles, was du willst. Was machst du in unserem Apothekenschrank? Oh, ich kontrolliere nur das Verfallsdatum der Zahnpasta. Das ist wichtiger, als ihr denkt. Wisst ihr? Ich komme rein, ja? Na und ob du reinkommst. Oh, ist die nicht verliebt? Seht mal, in diesem Artikel steht, dass ihr die besten Klempner von Brooklyn seid. Und vielleicht sogar die besten der Welt. Dass ihr toll seid, wusste ich. Aber dass ihr so toll seid. Mann, oh Mann. Das, was hier steht, entspricht der Wahrheit. Aber was hier nicht steht, ist die Tatsache, dass wir äußerst reinlich und blitzsauber sind. Und warum? Was sagen wir immer, Mario? Nimm die Pfoten weg, das ist meine Pizza. Nein, nein, nein. Sauberkeit ist alles. Oh, ja. Gut, mein Küchenabfluss tropft nämlich. Damit bist du bei uns an der richtigen Adresse. Wir zeigen dir, wie gut wir wirklich sind. Dein Abfluss wird nie wieder drauf. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich gebe heute Abend eine Geburtstagsparty. Die Operation dauert nur eine Sekunde. Hey, ich werde dir das mal an diesem Ding hier demonstrieren. In einer Sekunde ist der Patient wieder gesund. Luigi, los, fang an. Spannend, was? Oh, ähm, das ist der Vorführeffekt. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt besser und schneller. Nein, nein, warte, warte. Wir sind in einer Sekunde fertig. Zeig's dir, Mario. Nein, warte, nein, so geht das nicht. Du musst den Flansch hier rüberstülpen, die Dichtung abheben, so. Weiter so, weiter so. Komm, ich helf dir, also. Hier sind die Mario Brothers beim Klempner-Spiel. Zu der geheimen Zone durch ein Apfel-Field. Rettet die Prinzessin den Pilz der Wunderland. Voller Pulle mit dem beiden Vater. Auf, die Brüder. Yeah, die Kupas und die Kupas denken, du, ein böses Zeug. Verschlepft bitte die Prinzessin, Pilz der Wunderland, bock, oi. Amusiert doch verwirrt und ihr Edel wetten weg. Ja, da kann auch jeder wetten. Ihr fahrt ab auf, die Brüder. Der Vogel, der Vogel. Hier sind wir am eiskalten Ostpol. Mein Bruder Luigi und ich haben gerade eben Printessin Todstol vor König Koopa gerettet und sind auf der Suche nach dem Geheimnis, das ihr Königreich befreit und uns zurück nach Brooklyn bringt. Zipi, meine arme, kleine Zipi. Hey, lass mich los. Hey, ich muss dich wärmen, Vogel. Ich bin nicht schwindelfrei. Hey, ja. Oh nein, mein armer Toad. Gib mir meinen Toad zurück, du federloser Drache. Seht, der Drache hat Toad auf die Spitze des höchsten Berges gebracht. Bitte, Mario. Toad hat mir schon hundertmal das Leben gerettet. Diesmal muss ich seines retten. Kein Problem, Prinzessin. Wir holen Toad darunter noch, bevor du zwanzigmal Spaghetti Bolognese gesagt hast. Ich kann nicht. Ich reagiere auf Berge allergisch. Gut, warte hier. Wenn dich ein Eisbär gefressen hat, nehme ich deine Knochen mit nach Brooklyn. Oh je, da muss ich zuerst noch meine Knochen nummerieren. U Aku! Zipi! Geh meine süße kleine Zipi, Zipi, du zuckerschösses Wunnebündel, du, komm in meine Arme. Sag mal, was soll das, du lila-blas-blauer Drache? Willst du mich ertränken? Deine Mami hat ihre kleine Zipi schon sehr vermisst. Mami, du bist nicht meine Mami. Ach, du mein kleiner Schöpfglück. Lass mich los. Ach, so hab ich nur das Telefon hingestellt. Ach, da ist es ja. Hallo. Es ist das Büro für vermisste Flugdrachen. Sie können die Suche nach meinem vermissten Baby einstellen. Ich hab meine Zucker-Maus gefunden. Widerlich mit diesem Spein, den Drachen. Das Bild auf der vermissten Anzeige wurde dir wirklich nicht gerecht. Ich bin nicht eine kleine Zipi. Oh, mein Zipi-Mäuschen. Hör auf mit dem dummen Spiel und gib deiner Mami ein Küsschen. Nein! Das ist ein lustiges Spielchen. Küsschen, Küsschen, Zipi. Die Küsschen von deiner Mami kommen. Wie komm ich los von dir weg? Küsschen! Oh nein! Jetzt werden wir Tod niemals retten können! Er war der netteste Pils, den ich konnte. Du kennst das Klempner-Motto, Luigi. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Klar kenn ich das. Pack die Gelegenheit beim Schopf, sonst gehst du den Bach runter. Nein! Halt dich am Schüsselrand fest, sonst spülst du dich herunter. Santa Maria de Lasagne! Komm und versuch's auch, Prinzessin! Du schaffst es schon! Santa Maria de Lasagne! Mama mia! Das war doch ein Kinderspiel. Sie sind es. Prinzessin Todstuhl und die beiden Klempnertypen. Komm, Schleimi, da sagen wir König Cooper, damit er sie ein für alle Mal auf Eis legt. Dann seid ihr zwei doch noch zu etwas Nutzel. Danke, euer königliche, ehwürdige Cooper durchlaucht. Pass auf, Soldat! Ich sag's dir schon, wenn du mir die Füße lecken sollst. Los, leck mir die Füße! Das ist das letzte Mal, dass mir diese Affenmenschen von Klempnern einen Strich durch die teuflische Rechnung machen. Achtung an alle Cooper-Truper! Wir starten einen Luftangriff! Schlaf, Zipi, schlaf! Deine Mami ist ein Pfaff! Deinen Papi hast du nie gesehen, darfst nie wieder verloren gehen! Schlaf, Zipi, schlaf! Aber du Drache, ich bin nicht Zipi! Oder hab ich Flügel? Da! Jeder Flügel noch Federn! Ich bin nur ein Pilz und obendrein nicht schwindelfrei! Oh, Zipi, du bist ein alter Fertz-Trampe! Lass das, lass das! Beinei hätt ich's vergessen! Höchste Zeit für deinen Flugunterricht! Flugunterricht? Hast du jetzt total den Verstand verloren? Ich hoffe nur, dass wir tot retten können, bevor ihm etwas Entsetzliches zustößt. Oder uns? Klappe zu, Luigi, es könnte schlimmer sein. Schlimmer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mario, das ist ne Bobombe! Und ich hab schon gedacht, das wär ein Salami-Sandwich! Oh nein, König Cooper muss uns entdeckt haben! Aufgepasst! Da oben fliegt ein Geschwader von Coopers Bombern einen Angriff! Volltreffer! Die sind erledigt! Aber seht mal, die drei dort haben es auch auf uns abgesehen! Hilfe! Eine Lawine! Nichts wie weg, Freunde! Ich hasse es, mit leerem Magen zu rennen! Oh ja! Wir sind gefangen! Wie sollen wir jetzt tot retten? Hör mir doch endlich mal zu, du Mutter Drachen! Ich will keinen Flug unter euch nehmen! Mami weiß schon, was für eine kleine Zipi am besten ist. Wir sind Flugwagen! Flugwagen müssen fliegen! Wenn du mich loslässt, schenke ich dir meine Briefmarkensammlung! Ich lass dich los, Tipi! Aber erst in 10.000 Metern! 10.000 Meter! Seh, du eine Feuerblume! Wenn ich Hunger hab, esse ich alles! Nein! Das ist eine Zauberblume! Wenn du sie berührst, dann wirst du ein Super Mario! Dann bekommst du eine Superfeuerkraft und mit der kannst du König Coopers teuflische Truppen besiegen! Also gut! Komm mit, Luigi! Pizza, Pizza! Rangeschafft! Pizza gibt Kraft! Das macht immer wieder Spaß! Komm, Freunde! Für Gemeinheiten diesseits und jenseits aller Grausamkeiten verleihe ich der schreckliche König Cooper euch diesen Orden des Doppelten Kreuzes! Wir haben wichtige Neuigkeiten, erlaufter Cooper! Die Prinzessin und ihre Klempen haben den Angriff überlebt! Was? Ihr windigen Nacktölzer hat versagt! Ihr mit den Orden! Den nächsten Angriff leite ich höchstpersönlich! Ein Königreich für eine ofenfrische Pizza mit Furti di Mare! Hey, was war das? Ich bestelle dreimal Pizza! Oh! Was ist das für ein Zwerg? Das ist ein Flugdrachen, Baby Luigi! Und es braucht unsere Hilfe! Es ist in dem Eisblock eingefroren! Zur Seite, Freunde! Wo ist Mami? Die kleine Zipi will Mami! Glaubt ihr auch, dass ihre Mami Tod entführt hat? Gleich ist es soweit, Zipi! Wir sind auf 10.000 Metern! Du darfst jetzt fliegen! Mami wünscht dir eine weiche Landung! Landung? Zum letzten Mal! Ich bin keine! Dieser weibliche Flughäuter hätte mir wenigstens einen Fallschirm mitgeben können! Klar! Das ist die Idee! Ich hab noch einen Fallschirm dabei! Toad, bist du verletzt? Ich fühl mich super! Ich hab soeben meine erste Flugstunde hinter mir! Hey! Das bin ich! Ich meine Sie! Das ist Zipi! Das Baby, das die lila Drachenmutter verloren hat! Kleine Zipi will ihre Mami! Toad, weißt du, wo ihre Mami ist? Oh nein! Beim heiligen Fliegenpilz, ich geh da nicht mehr raus! Niemals! Mami! Mami! Ich will Mami! Okay, okay! Vielleicht lässt sie mich in Ruhe, wenn ich dich zurückbringe! Gute Idee! Macht euch einen Aufstieg! Wir bleiben hier und wehren König Cooper ab! König Cooper? Wo ist der? Hey, Super Mario! Zeig denen, was du kannst! Cooper Tupper bereit zum Angriff! Mach diesen Super Clip da fertig! Keine Angst, Mario! Wir schlagen dir auch ohne Superkraft! Es ist zu spät, Prinzessin! Sie haben uns umzingelt! Es ist aus mit euch, ihr Tropfelle! Wer werft ihr mit Gemüse? Wir hier! Everybody's heard! About the bird! The bird! The bird! The bird! The bird! Die Ficha machen! Alles einsteigen! Los geht! Als ich ihr erzählt habt, dass ihr Zipi gerettet habt, wollte sie unbedingt helfen! Ich komme wieder! Ihr werdet noch von König Cooper hören! Danke, Frau Drache! Ohne ihre Hilfe hätten wir es niemals geschafft! Ihr habt meine kleine Zipi gerettet! Darf ich euch dafür zum Essen einladen? Essen? So eine Einladung schlage ich nie aus! Das habe ich nur für euch gekocht, Mario! Es ist mein Lieblingsrezept! Meine Lieblingsspeise! Spaghetti! Spaghetti? Ich bin keine Spaghetti, sondern ein Wurm! Kapiert? Ein Wurm! Ich gebe dir! So hat mich in meinem ganzen Leben noch keiner beleidigt! Arme Nicole, ich schwöre dir, so etwas ist uns während unserer beruflichen Laufbahn noch nie passiert! So? Und was ist mit den patschnassen Postboten passiert? Nein, nein, halt nicht hier! Komm, du kannst deine Kleider vor dem Ofen trocknen und ich bring den Kuchen weg! Oh, das tut mir aber leid! Das macht er leider ab und zu! Oh, jetzt ist sie nicht nur nass, sondern auch noch schmutzig! Komm hier rüber! Oh, oh, oh! Oh, in Liebezeit, sieh dir den Schuh an, Mario! Entsetzlich! Komm hier rüber! Oh, das tut mir aber leid! Komm, setz dich bitte! Oh! Nein! Wo kommt denn das her? Stell dich hier hin! Ich hol dir ein sauberes Hemd! Was machen, Luigi? Ich weiß nicht, aber mir gefällt sie noch immer! Dürfen wir dir dafür umsonst einen Küchenabfluss reparieren? Nein, es ist wirklich okay! Wir laden dich auf eine Pizza ein! Oder willst du lieber eine Lasagne? Wir frisieren dich und putzen dir die Zähne! Aber ich sag doch, dass ihr euch keine Sorgen zu machen braucht! Das ist doch geradezu perfekt! Wirklich? Ja, ich hab doch gesagt, dass ich heute eine Party gebe! Ja! Und es ist eine Gammelparty! Die Person, die am gammeligsten kommt, die gewinnt! Ihr habt mir die Mühe erspart, ein Kostüm auszusuchen! Vergammelter geht's kaum mehr! Wirklich? Wirklich! Na, wenn das so ist! Kommt hier noch ein bisschen! Sie wird sie genauso beschmiert wie... Ajo! Oh! 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 Hey, tanz den Mario! Meine Freunde, ja! Tanz den Mario! Ja, so geht's!